In dem Video zeige ich euch was uns jetzt in der aktuellen Eventwoche bzw. heute erwarten wird. Seid gespannt, nach dem Intro geht es dann auch direkt sofort los. Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal Leute. Und ich habe auch schon wieder die neuen Links am Start und jetzt geht es los. Let's go. Und da war das nächste Woche einmal ein Bonus und zwar müsst ihr einmal, müsst ihr hier einmal einen kompletten Bikerverkaufsmission machen, um dieses hübsche kleine T-Shirt zu bekommen. Also im Prinzip das, was wir hier im Hintergrund bereits schon tun. Da kriegt ihr ein schönes T-Shirt. Des Weiteren gibt es ein schönes Design. Dafür müsst ihr einmal hier bei eurem Biker-Business Vorräte klauen, aber nicht kaufen, sondern klauen. Und ihr müsst eine dieser Aufträge hier machen, um dieses Design hier freizuschalten. Grüße gehen raus, GTA Series. Dreifach Geld und dreifach RP geht auf den Gegner-Modus Deadline. Finde ich persönlich ganz nice, können wir vielleicht mit dem Deadline-Turnier machen, mal gucken, ob wir Bock um was machen wollen. Dann gibt es doppeltes, dreifaches Geld auf hier, auf die ganzen Aufträge. Hier die Club-Aufträge, die Herausforderungen hier, zum Beispiel hier die Krimine Mindchief, Willi wieder und Search & Destroy. Und natürlich hier auf die ganzen Biker-Dings, dieses ganze Biker-Service-Bikes und so weiter, bekommst du, wie gesagt, auch dreifaches Geld und AP. Doppeltes Geld und doppelt AP gibt es dann auf alle Verkaufsmissionen aller Biker-Unternehmen. Finde ich persönlich ganz nice. Wir haben jetzt hier in der letzten zwei Wochen ordentlich was angesammelt. Das denke ich mal, das werden wir dann noch im Rahmen des Events verkaufen. Müssen wir dann schauen, ob wir das morgen oder wann wir das machen. Des Weiteren gibt es dann noch zweifache GTA-Dollar und RP und AP auf die Arena-Wall-Serie mit GTA Plus vierfach. Des Weiteren gibt es 50% Rabatt auf den BF Raptor. Dann gibt es 40% Rabatt auf folgende Gegenstände im Video. Hi Asuna, grüße dich. Und zwar haben wir hier das Clubhouse, also wie gesagt Clubhäuser, 40% Rabatt. Dann auch hier die Verbesserungen für das Clubhouse, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Auch hier die Unternehmen ebenfalls. Wer noch nicht alle Unternehmen hat, ist auf jeden Fall hier perfekt. Hier auch die Verbesserungen der Unternehmen, wer das Unternehmen verbessern möchte, wie gesagt auch ebenfalls. Und hier die Vorräte, ebenfalls 40% Rabatt drauf. Und wie gesagt den Grotti Cheetah, aber da gibt es hier noch ein paar Apokalypse Sachen, beziehungsweise hier die Zukunftsschock und Apokalypse Sachen. Hier, ich weiß nicht, wie das ist, Zukunftsschock. Also ein paar von diesen Arena-Fahrzeugen. Dann den Cheetah und zu guter Letzt die Western Gargoyle, was an sich ein sehr nices Auto, beziehungsweise Bike für die Arena-Serie ist. Finde ich persönlich ganz nice. Darauf kann man, glaube ich, das Death-Bike bauen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Finde ich persönlich ein sehr nices Auto und wir haben doch schon mal das eine und andere Arena-Board gespielt und das war relativ gut. Ich denke, vielleicht sollte ich mir das auch mal holen. Dann haben wir noch 30% auf die Deadline-Outfits. Dann haben wir 30% auf die Nagasaki Shinobi. Und auf die Western Power Search. Finde ich persönlich sehr, sehr nice, die zwei Sachen. Und dann haben wir auf jeden Fall hier das Podiumsfahrzeug. Und das Podiumsfahrzeug ist die Principe Lectro. Einmal am Glücksrad drehen. Diese könnt ihr euch dann, wie gesagt, holen. Und am LSK-Meet findet ihr einmal den Nagasaki Strider. Dafür müsst ihr zwei Tage in Folge einmal eine LSK-Meet-Serie, also ein Straßenrennen gewinnen. Finde ich persönlich ganz easy und finde ich auch machbar. Schnappt euch einfach einen Freund und ihr schafft das Ganze ganz easy. Zu den Premium-Rennen und Willi-Trails. Einmal das Premium-Rennen ist Art to Art. Das Time-Trail ist Calafia Way. Und das HSW-Zeit-Rennen ist Sandy Shores. Und die Testfahrzeuge sind im Premium Deluxe Motorsport, der BF Raptor, der Coil Cyclone, die Nagasaki Shotaro, der Pegassi Fagio Mod und die Western Power Search. Dann im anderen, im günstigen, in diesem anderen Clubhouse da, mit luxuriösen Autos, bekommt ihr die Nagasaki Shinobi und den Wabit Flash GT. Als Testfahrzeug den Grotti Cheater, Pegassi SK und den Western Weaver. Und als Premium-Testfahrzeug haben wir die Shizu Hakucho Track. Finde ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr nice, diese Sachen. Finde die Eventwoche echt passend. Die kommt echt gut zu meinem Event jetzt in Geltung. Dritteil, wie gesagt, jetzt nach der Gamescom, alles in Kraft. Beziehungsweise kurz vor der Gamescom, finde ich noch nice. Vielleicht kann man das ein oder andere noch nutzen. Und ja, ich hoffe, ihr euch hat die Mühe gefallen. Ich bedanke mich bei allen hier, auch in der Lobby und auch Adrian. Ich habe deine Nachricht nicht übersehen, sondern ich musste halt gerade eben alles erstmal durchradern. Auch Adrian, Grüße gehen raus. Und ja, finde ich persönlich nice. Danke fürs Verkaufen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst dem Video doch gerne einen Like da. Und den Kanal auch gerne ein Abo und die Glocke nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Wenn es darum geht, Streams, Community Streams, Events, Glitches oder auch was es sonst noch so alles gibt, was man nicht verpassen kann und sollte. Und dann bin ich erstmal raus. Euer ZakaWist91 und ciao. Bis zum nächsten Mal.